Wenn ihr euch umziehen wollt, könnt ihr euch noch gerne umziehen. Geht schon mal rüber. Können wir nochmal eine Runde starten. Ich hoffe diesmal, dass es dann, äh, nicht so krass deckt. Okay, Lukas ist auch am Start. Sehr nice. 1, 2, 3, 4. Nicole ist wieder da. Sehr cool. Sehr cool, Nicole, dass du auch wieder am Start bist. Sehr nice. Sehr cool, sehr cool, dass alle am Start sind. So. Okay. Oh, Nicole will mich über die Schulter legen. Sie hat mich gepackt. Pulse Eingriffe. Hilfe. So, okay. Lass uns mal gucken. Erstmal nehmen wir eine andere. Okay, legt nicht mehr. Okay, sehr gut. So. Diesmal machen wir die Village. Hier gibt es auch so coole Verstecke. Diesmal auch bei Nacht, okay. Bei Nacht kann man sich besser verstecken, Leute. Okay, bereit? 3, 2, 1 und go. So. Warten wir durch. Ich hoffe, dass diesmal besser läuft. Okay, okay. Mal gucken, wer der Sucher sein wird. Mal gucken, wer der Sucher sein wird, Leute. Okay. Los, los. Alter. Blitzt und donnerst. Okay, Leute. Okay, Leute. Alle am Start. Oh, guck mal. Wer ist der Sucher? Wer ist der Sucher? Aha. Aha. Da haben wir den Sucher. Guckt richtig nach. Aha. Der gute, der gute JPS. 81. Keine Sorge. Keine Sorge. Wir machen es hier vielleicht schwer. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Oh, liebe Grüße bei deiner Soldier. Okay. Also, lass es schnell verstecken. Alter, bei dem Gewitter. Junge, Junge. Okay. Lass uns mal schnell irgendwie was suchen, wo man uns verstecken kann. So. Okay, okay, Leute. Und Gras ist auch sehr gut. Sehr gut ist versteckt, muss man schon sagen. Das ist auch gut. Busch. Busch sich verstecken. Mal weiter da drin vielleicht. So. Okay. Jetzt muss man ganz leise sein, Leute. Ganz leise. Oh, ne. Oh, ich weiß, wo. In der Höhne der Höhne. Jetzt hier. Oh. Versteckt. Okay, lass mal gucken. Da ist der Sucher. Leute, da ist der Sucher. Alter, Alter. Hier wird jemand verfolgt. Beefsteak gegen den Sucher. Oh, Gott. Mach ein Duell. Mach ein Duell. Alter. Der macht es ihm aber auch echt nicht leicht. Der macht ihn echt nicht leicht. Muss man schon sagen. Oh, Gott. Oh, nein. Er wird veräppelt. Oh, nein. Oh, nein. Am besten auf andere konzentrieren. Die anderen Leute suchen. Okay, wir müssen gucken. Wo geht der Sucher hin? Aha. Aha. Wo geht er hin? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Oh, nein. Oh, nein. Er ist hinter mir. Mist. Er hat mich erwischt. Er hat mich gesehen. Oh, nein. Nein. Oh, Mann. Da war ich zu. Oh, Mann. Mist, ey. Da hat er mich echt erwischt, ey. Das ist echt unglaublich. Da war ich zu unvorsichtig, Leute. Oh, nein. Oh, Nicole. Renn um dein Leben. Renn um dein Leben, Nicole. Moritz, was geht ab? Du kannst mitmachen. Geh mal auf links. Ihr Arcade-Mode rein. Und beim links Bobby Live. Dann gehst du unten auf Arcade-Mode. Arcade. Dann gehst du auf Multiplayer. Und danach suchst du einfach nach Ben. Einfach dann nach Ben suchen. Da kannst du auch beitreten. Du musst aber gucken. Bei uns ist es gerade voll. Sobald wir eine neue Runde machen, können wir nochmal eine Runde starten. Dann schnell. Sobald ich eine neue Runde starte, dann machst du einfach ganz schnell nach Ben suchen. Dann schnell beitreten, okay? So, okay, nice. Wir spielen gerade Verstecke. Ich spiele hier gerade Verstecken mit acht Leuten. Wir haben davor eine Runde gespielt mit zehn Leuten. Aber da war es leider ein bisschen bei manchen laggy. Irgendwann haben wir auch jetzt auf acht Leute gemacht. Hier, guck mal. Da ist der mit dem Pizza Hut. Das ist der Sucher, okay? Der muss die Leute fangen. Der mit dem Pizza Hut. Da hinten. Nicht der. Der muss die Leute fangen, okay? Ähm, WobiLive kannst du bei links. Das Spiel gibt es auf Steam. Gibt es auch, glaube ich, für die Playstation 4, wenn ich mich täusche. Das Spiel. Ansonsten, wo gibt es noch das Spiel? Den PC ganz normal. Auf Steam kann man das holen, das Game. So, okay. Wer ist hier noch alles am Start? Okay, diesmal noch drei Leute sind wieder übrig. Drei Leute. Gut, ein Theo, der versteckt sich wieder. JPS ist am suchen. Okay. Da hat sich noch B-Diesel versteckt. Sehr nice. Oha, oha. Da ist echt nicht leicht. Aber ich war viel zu unvorsichtig, deswegen, wo ich dann plötzlich erwischt, ey. Und mal als nächstes Mal muss ich mir ein bisschen mehr in Acht nehmen. Okay. Eine Minute hat Zeit. Eine Minute hat Zeit. Er hat noch eine Minute hat Zeit, okay. Ich muss echt ein bisschen Abstand halten. Wird da noch jemanden erwischen? Drei Leute sind wieder übrig. Ne, noch zwei Leute. Zwei Leute sind noch übrig, Leute. Alter. Okay, das wird jetzt knapp. Oh, guck mal, da ist Theo, okay. Theo und B-Diesel sind noch da. Die zwei muss man noch fangen. Oha, ich hatte nicht gedacht, das ist so knapp. Wird die Runde? Oha. Oh nein. Oh nein. Theo, Theo, Theo. Nimm dich nach. Nimm dich nach. Ratsch dich gleich. Ratsch dich gleich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Oh nein. Oha. Das war sehr knapp. Okay. Oh nein. Oh nein. Kommt jemand auf dich zu, Theo? Oh no. Oh no. Ich glaube, das war es, oder? 20 Sekunden. 20 Sekunden, Leute. Und dann ist es vorbei. Dann war es das. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Also zwei Leute haben es geschafft, auf jeden Fall. So wie es aussieht. Okay, noch sieben Sekunden, sieben Sekunden, Leute. Das war eine Runde, Alter. Junge, Junge, das ist zu früh. Das ist voll, gell? Keine Sorge, Moritz. Wir machen gleich nochmal eine Runde. Da kannst du schnell beitreten, okay? So, dann fliegen wir nämlich alle nochmal kurz raus. Dann füllen wir nochmal. So, sehr coole Runde, Leute. Sehr coole Runde. Okay, kein Problem. Wir machen das nochmal. Oh Gott. Sollen wir übertreiben? Sollen wir 15 Leute machen? Sollen wir es mal probieren mit 15 Leuten? Ich weiß, das wird ein bisschen laggy sein oder so. Aber wir könnten mal so eine Chaos-Runde machen, okay? Vielen Dank, vielen Dank, Banana. Okay, Leute. Wir machen es, okay? Wir machen jetzt 15 Leute, okay? Wir machen eine Chaos-Runde. Eine Chaos-Runde, okay? Wir werden einfach nur probieren, wie gut das funktioniert, okay? So. 120 Leute. Wir machen 15, okay? Wir machen 15 Leute erstmal. Let's go, würde ich sagen. Ab rein da, rein da, rein da. Arcade-Mode-Mode-Mode-Player. Und dann bei Ben rein joinen. So. Okay, 15 Leute, alter. Ich bin jetzt echt gespannt. Oh Gott. Ich glaube, oh, ich glaube nach dem Stream. Ich glaube in dem Stream lag das auch ein bisschen. Oh, was geht ab? Das geht ab. Ey, Moritz ist auch am Start. Sehr cool, sehr cool. Hat es auch geschafft. Sehr so nice. Okay, mal gucken, wie laggy das Ganze wird. Ich ziehe mich immer so lange um. Ich mache mal mein normales Outfit wieder. So. Ich kann mal links starten, eine Runde. Einen Race quasi machen. So, Leute. So was haben wir hier alles. Das ist mein gutes Top. Mein normales Outfit. Erstmal wieder hier. Mein Oberteil, mein Oberteil. Wo ist mein Oberteil da? Sehr gut. Und hier rüber. Sehr schön. Okay. Deck nicht, okay. Das ist auf jeden Fall gut. Mal ein gutes Gleichen. So, Leute. Seid ihr bereit? Wir machen heute. Okay. Jetzt mittlerweile viel mehr. Okay. Jetzt kommen Leute dazu. Jetzt kommen Leute ohne Ende rein. Oha. Gericht ist mit am Start. Okay. Also. Moritz einfach nur am Start sein. Ich weiß gar nicht, was für Videos ich machen werde. Okay. Alter, wir sind ja richtig. Oh Gott. Wir sind richtig viele Leute hier. Alter, wie viele. Oh mein Gott. Wir sind fast fünf Leute. Wir sind fast 15 Leute. Deswegen noch eine Person. Dann sind wir 15. Dann sind wir hier alle komplett okay. Wir sind voll. Okay, okay. Also wir machen jetzt nochmal einmal Runde verstecken. Okay. Eine Runde verstecken. Ich bin der Sucher, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Guckt euch das an. Ich bin der Sucher. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Also keine Sorge. Wir machen jetzt noch eine Runde verstecken. Und danach eskalieren wir komplett okay. Danach übertreiben wir voll. Oha. Oha. Guck mal. Da sind die ersten Leute. Sind am Start. Oh nein. Renn um dein Leben. Rente um euer Leben. Ich werde euch alle fangen hier. Ich fange euch alle Leute. So. Okay. Auf dem Handy. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Alter. Oh Gott. Das ist eskaliert hier. Guck mal. Da sind die ersten, die sich verstecken. Aha. Ich werde euch alle fangen Leute. Keine Sorge. Keine Sorge. Und danach eskalieren wir komplett. Okay. Nach der Runde hier. Gehen wir völlig durch. Und machen. Denks. Machen 100 Leute. Okay. 100 Leute. Oh Gott. So viel kriegen wir nicht mehr zusammen, oder? Okay. Also lasst uns loslegen. Ah. So. Ben ist am Start. Hey. Was geht ab? Was geht ab? Oh Gott. Oh Gott. So. Ich mache erstmal die schwierigen Fälle hier. Tja. Leute. Kommt ihr gegen Ben an? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also. Ist Ben zu stark hier unterwegs? Ja. Hallo. Guten Tag. Ja. Hallöchen. Komm in meine Arme. Das kleine Hoppelhäschen. Hallo. Hallo. Da gegen Ben muss man ein bisschen mehr auffahren. Hop. 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 Tut mir leid. Da haben wir schon den ersten erwischt. So. Wo haben wir die nächsten? Wo haben wir die nächsten Raubauken hier versteckt? Oh. Da möchte jemand wegrennen. Ja. Leider nicht so leicht von Ben weg zu rennen. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Leute. Guckt mal. Wie habe ich hier? Da haben wir einen Polzisten. Oh. Oh. Tut mir leid. Tut mir leid. Wer ist denn da runtergefallen? Oh je. Oh je. Der Polzist ist aber abgehauen. Hat er nochmal Glück gehabt? Ja. Oh. Da explodiert es. Da explodiert es. Da explodiert es. Oh. Da rennt der Polzist. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Da möchte mir jemand kommen. Oha. Da brauchst du richtig krasse Skills. Oh. Oh. Da hat es jemand erwischt. So. Du wirst euch ein richtig gutes Versteck aussuchen. Ich bin euer härtester Gegner, den ihr jemals bekommen könnt. So. Ich meine, das ist ja auch nur fair, oder nicht? Ich meine, ihr seid 15 Leute und ich bin hier ganz alleine. Da muss ich ein bisschen hier, äh, ein bisschen härtere Geschütze auffahren. So. Ja, hallo. Guten Tag. Habt ihr euch hier versteckt? Ja. Ja, ich bin auch hier zu Besuch da. Ja, hallöchen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde, Leute. Gib mir die Hand. Warte, warte. Gib mir die Hand. Wer möchte mir die Hand schütteln? Einmal die Hand schütteln. Wer möchte mir die Hand schütteln? Einmal die Hand schütteln, okay? Komm, einmal die Hand geben. Trau dich. Wer traut sich, die Hand zu geben? Anscheinend niemand. Okay, da muss ich, da muss ich ein bisschen ran. Tut mir leid. Oh, da habe ich jemanden aus Versehen erwischt. War nicht meine Absicht. Ob, ob. Oder vielleicht hat er doch. Wer weiß. Oh, noch einer erwischt. So. Okay, wen haben wir denn da? Oh, tut mir leid. Ah, da bin ich aus dem Boden einfach rausgekommen. Okay. Ja, leider, leider muss ich da härtere Geschütze auffahren. So, Leute. Oh, hallo, Theo ist auch am Start. Alle sind hier am Start. Guck mal. So, wen haben wir hier noch nicht gefangen? Ich habe noch eine Person noch. Zwei Personen fehlen hier noch. Wo sind die zwei letzten Personen? Wo habt ihr euch versteckt, ne? So, ich finde euch alle. Ich finde euch alle. Ihr habt einen schweren Gegner euch ausgesucht. Noch eine Minute. Noch eine Minute Zeit. So. Wo haben sich die gut versteckt? Solange ihr keinen Mucks macht, ist es schwer, euch zu finden. Hi, Leon. Was geht? Was geht? So. Guck mal. Die anderen zwei? Die finde ich nicht. Aha. Okay. Wo sind sie? Wo sind sie? Ne, ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Seht ihr? So könnt ihr auch entkommen. Ihr dürft keinen Mucks machen. Ich finde euch nämlich nicht. Alter, ich finde sie jetzt wirklich halt nicht. Keine Ahnung, wo die sind. Hier unten sind sie nicht. Die geben keinen Mucks. Da habe ich nämlich keine Ahnung, wo sie sein könnten. Nicht mehr so viel Zeit, Leute. So, lass mal kurz schauen. Wo sind die Guten? Wo kommen sie sich versteckt? Hier nicht. Hier nicht. Bin ich hier vielleicht irgendwo? Man ist richtig schwer. Schwierig. Wenn jemand ein gutes Versteck hat und keinen Mucks mehr von sich gibt. Oh. Da hat jemand sich bewegt. Da hat sich jemand bewegt. Wer war das? Wer hat sich hier bewegt? Ich habe hier doch was gesehen. Oh, oh, oh. Hallo, hallo. Guten Tag. Der gute Kandidat hier von Anfang an. Okay, noch einer ist übrig. Einer ist übrig. Wer ist derjenige, der so leise hier ist? Wer ist hier so leise? Dass er keinen Mucks hier von sich gibt. Oh, das ist richtig schwer. Wenn jemand hier keinen Mucks von sich gibt. Oh. Da hinten. Da hinten. Oh nein. Eins. Eine Sekunde. Oh. Wir haben einen Gewinner, Leute. Wir haben einen Gewinner. Oha, oha. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Nicht schlecht. Ja, so ist es halt gegen Ben anzutreten, Leute. Was soll ich sagen? Ihr seid so viele Leute. Ich bin so wenig. Da muss man ein bisschen hier, ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Aber natürlich nicht jede Runde. Wir gucken, wie viele Leute wir zusammen können. Jeder kann reinkommen. Einfach bei Dings Multiplayer reingehen. Guck mal hier. Nehmen wir live, startet Arcade Mode. Play Arcade. Und dann geht ihr hier auf Join Game. Und da sucht ihr nach Ben. Denn wir machen 100 Leute. Leute. Oh Gott. Let's go, würde ich sagen. Oh Gott. Hoffentlich geht es gut. Hoffentlich schmiert, schmiert das Spiel nicht ab. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Was wird jetzt passieren? 100 Leute. Oh mein Gott. Was wird jetzt passieren? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lass mal schauen, was hier passieren wird. So. Wie viele Leute schaffen wir es reinzubekommen? Okay. Jeder, der irgendwie reinjoinen kann, kann reinjoinen. Und guck mal, wie viele haben wir hier 100 Plätze rein. Ob das gut geht? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass das Spiel irgendwie abstürzt oder sonst was. Hab's noch nie gemacht. Wie viele Leute schaffen wir, okay? Wie viele Leute können hier reinkommen? 100 Leute. 100 Leute können hier rein. Oh Junge. Oh Junge. Oh Junge. Alter. Krass, krass, krass. Okay. Okay. Alter. Oh, die Zwillinge hier voll. Okay. Alter, das wird jetzt so krass werden. Wie viele Leute schaffen wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Leute. Okay, wir können mal gucken, wie viele Leute es noch schaffen, hier reinzubekommen. Erstmal ein bisschen Zeit. Wir gucken mal, was wir machen können. Bin mal gespannt. Könnte sein halt, dass das Spiel irgendwann abstürzt, wenn zu viele Leute hier sind. Okay. Also wir können auch mal Dings rein. Oh, wir können uns hier ein bisschen umgucken im Arcade-Mode. Was wir hier treiben können eigentlich. So. Aber wir haben hier ganz das Riesen-Riesenspiele-Paradies. Leckt voll. Also bei mir ist in Ordnung. Schreibt mal rein, gerne bei wem es leckt. Bei mir ist voll in Ordnung. Okay. Aber wir bleiben einfach hier im Arcade-Mode. Ganz entspannt. Ich glaube, hier ist am besten. Hier kannst du... Hier leckt es am wenigsten, glaube ich. Oh, Denise hat mich erwischt. Denise hat mich erwischt. Oh Gott. Oh, Bioshocker ist auch am Start. Krass, was für Leute hier alles am Start sind, ey. So, lasst uns mal schauen. Was kann ich euch irgendwie geben hier? Eine Krone. Mach ich jetzt nicht mehr lange. Gucken mal. Wir machen jetzt noch... Oh Gott. Sieht da richtig cool aus. Mach jetzt noch diese Runde hier. Alter, guck mal, wie cool das aussieht. Oh mein Gott. Ich hab die Mamm noch gar nicht halt angeguckt. Wie nice sieht das bitte aus. Guck mal an. Sieht da mega gut aus hier. Alter, wie viele... Wie viele wir sind. Guck mal. Lass uns mal... Oh, lass uns mal alle aufreien, okay? Lass uns mal alle... Alle so eine Reihe machen. Lass uns mal alle hier so eine Reihe machen. Lass uns mal alle so eine... So eine... So eine... Dingsreiche machen. So. Und dann machen wir ein Foto, okay? Oh Gott, schaffen wir das? Alle schönen Foto, Foto machen. Foto machen, Leute? Alle, alle am Start. Oh, sehr nice, sehr nice. Sehr gut, sehr gut. Guck mal. Oh, krass. Stell vor, wir werden 100 Leute. Alter. Das wäre noch heftiger. Wenn noch 100 Leute da wären. So. Oh, die sieht richtig gut aus. Auf jeden Fall sehr coole Runde, Leute. Muss ich schon sagen. War ein sehr, sehr nicer Stream. Gut, dass ihr dabei wart. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Natürlich könnten jetzt nicht alle einschalten. Manche müssen schon schlafen und so. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Wochenende. Ich hoffe, dass wir da nochmal einen Stream machen können. Oh Gott. Jetzt wurden wir eingesaugt. Alter, habt ihr das gesehen? Da wurden wir eingesaugt. Oh, naja, naja. Auf jeden Fall war es ein nice Stream, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. War eine coole, coole Runde hier am Start. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Stream. Schalten da wieder ein. Nächstes Wochenende geht es wieder los. Machen wir einen nice Stream. Ich überlege mir immer noch was Neues, was wir machen können. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Vielleicht schaffen wir irgendwann die 2000 Abonnenten. Das wäre, oh, mega gut. Das wäre mega gut, Leute. Und ja, vielen, vielen Dank, Leute. Macht's gut. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Bis dahin. Tschüss.